Wie finde ich für meinen Subwoofer, für meinen Bass die beste Position im Raum? Ist das egal, wo ich den hinstelle? Aus physikalischer Sicht ist es natürlich so, dass die Bässe nicht ortbar sind. Also unter einer gewissen Frequenz natürlich. Und das stimmt aber natürlich auch in gewissem Raumumfeld immer nur teilweise, weil je nachdem, wie der Raum beschaffen ist oder wie man Möbel hat oder ähnliches, kann es natürlich sein, dass man an der Hörposition dann Basswellen oder Basstäler hat oder ähnliches. Und daher empfehle ich persönlich eine sehr unkonventionelle Art und Weise, den Subwoofer zu platzieren. Man nimmt den Subwoofer ganz einfach und stellt ihn auf die Position, wo man hört. Das klingt ein bisschen komisch, aber da, wo ich letztlich höre, bitte die Spikes vorher entfernen, sonst hat man danach irgendwelche Löcher im Sofa. Und geht dann halt zu den möglichen Plätzen für den Subwoofer. Also man persönlich bewegt sich zu den möglichen Plätzen für den Subwoofer, spielt einen Titel, der ein bisschen basskräftiger auch ist, wo halt aus dem Subwoofer auch ein bisschen was rauskommen soll oder müsste. Und bückt sich dann vielleicht auch an der Stelle, wo der Subwoofer wirklich stehen soll, also geht dann wirklich auch an die Position runter und hört sich dieses Signal an. Und da geht man halt alle Positionen ab und da, wo es halt am knackigsten, so richtig am trockensten, aber auch am tiefsten, also wo der Bass schön tief und schön trocken ist, das ist dann die optimale Position für den Subwoofer.